Zu Preisen zwischen 8.000 und 25.000 US-Dollar. Illegale Adoption, ein Riesengeschäft, dem womöglich auch das Enkelkind von Valentina und Victor zum Opfer fiel? Ein weiterer Fall für Tatjana? Sie trauern um ihre Tochter und um ihr Enkelkind. Es gelingt Victor kaum, seinen Schmerz in Worte zu fassen. Tanja, ihre Tochter, war 26, im achten Monat schwanger. Sie freute sich so sehr auf ihr erstes Kind, sagt Valentina. Sie war sportlich und achtete auf ihre Gesundheit. Die Schwangerschaft verlief völlig normal. Eines Tages dann starke Kopfschmerzen. Der Notarzt brachte sie in die Frauenklinik. Als ich sie in der Klinik besuchte, sagte die leitende Ärztin, regen Sie sich nicht auf, alles wird gut. Aber ich sah, dass es ihr viel schlechter ging als am Anfang und fragte, warum geht es ihr immer schlechter und schlechter? Und sie antwortete, es scheint, als ob sie eine Vergiftung hat, weil sie sehr viel Aprikosen gegessen hat. Aber meine Tanja aß gar keine Aprikosen. Der Zustand der Tochter verschlimmert sich. Sie stirbt. Die Ärzte behaupten, dass unsere Tochter das Kind abtreiben wollte und irgendein Arzt ihr eine Spritze gegeben hat. Aber warum sollte sie erst im achten Monat abtreiben? Das ist doch absurd. Außerdem hat sie sich so sehr auf das Baby gefreut. Auch das Baby konnte nicht gerettet werden. So die Ärzte. Wir bekamen zwei Dokumente. In dem einen hieß es, das Baby sei tot zur Welt gekommen. In dem anderen stand einfach geboren. Was will man hier vertuschen? Entweder war das ein geplanter Mord oder jemand brauchte ein Baby zum Verkaufen. Oder sie wollten irgendwelche Experimente machen. Ich weiß nicht, was passiert ist. Alle Versuche, den Tod ihrer Tochter und ihres Enkelkindes aufzuklären, vergeblich. Februar 2004. Der Präsident der Ukraine, Leonid Kutschma, ist zu einem deutsch-ukrainischen Gipfeltreffen in Berlin. Im Vordergrund der zukünftige Beitritt der Ukraine in die EU. Am Vorabend quittiert dieser Mann seinen Dienst. Valery Kravchenko, Geheimdienstgeneral und Botschaftsrat der Ukraine in Berlin. Er behauptet, dass er eine deutsche Politikerin und eine ZDF-Journalistin ausspionieren sollte. Mir ist gesagt worden, im ZDF sollte über das Verschwinden von Babys in Karkow berichtet werden. Dieses Thema würde die höchste Autorität der Ukraine diskreditieren. In den Geheimdienstpapieren, die er dem ZDF zeigt, heißt es, Diese Sendung bedeutet eine Kompromittierung der obersten Führung unseres Staates und Maßnahmen zur Nichtzulassung der Übertragung des Sujets veranlassen. Er bekam diesen Auftrag im Dezember 2003, zur selben Zeit, als Tatjana Sakharova vor der EU in Straßburg berichtete. Im Visier des Geheimdienstes, die deutsche Journalistin und alle, die mit Tatjana Sakharova während ihres Besuches Kontakt hatten. Auch die europäische Abgeordnete Gabriele Stauner sollte von Kravchenko beschattet werden. Ich sollte Informationen sammeln über diese Personen, mit wem sie in Deutschland Beziehungen unterhalten, was sie tun. Aber das Erstaunliche war, dass mir befohlen wurde, eine Ausstrahlung im ZDF zu verhindern. Die Enthüllungen von Kravchenko werden auch Thema des deutsch-ukrainischen Treffens. Der ukrainische Präsident Leonid Kutschmer streitet die Vorwürfe ab. Weswegen sollte sich die Ukraine mit Bespitzelungen in Deutschland beschäftigen? Dazu Kravchenko. Der Befehl kam von oben, vom Leiter des Staatssicherheitsdienstes der Ukraine. Kravchenko lehnte diesen Befehl ab. Das, was mit den Kindern passierte, ist der eigentliche Skandal und nicht das, das im Westen bekannt wurde. Hier hat eine Verkehrung der Tatsachen stattgefunden. Der übergelaufene Geheimdienstgeneral Kravchenko ist mittlerweile im Westen untergetaucht. Das ZDF hat die ukrainische Botschaft in Berlin im März 2004 um eine Stellungnahme zu den Spionagevorwürfen gebeten. Bis heute keine Antwort. Die Generalbundesanwaltschaft in Karlsruhe ermittelt wegen des Verdachts geheimdienstlicher Agententätigkeit. Das Verfahren läuft noch. Ich bin sehr erschrocken darüber und ich halte es eigentlich einen Skandal, dass es möglich ist, dass der ukrainische Geheimdienst seine Arme auch auf deutsche Journalisten und deutsche Parlamentarier ausdehnen kann. Meine Sorge gilt aber natürlich auch der Tatjana in Karkow, die ja schon einen Sohn verloren hat und deren zweiter Sohn auch schon schwer verletzt worden ist. Also ihrer Sicherheit gilt meine größte Sorge. Der Fall der verschwundenen Babys von Karkow wird immer mehr zum Fall Tatjana Sakharora. Sie hat Angst um ihr Leben und um das ihres Sohnes. Seit Wochen ist sie auf der Flucht im eigenen Land. Es ist immer so, dass die Übertragerin der schlechten Nachricht geköpft oder erschlagen, ermordet wird. Und das darf ja wohl nicht sein. Ruth Wermut Mangold vom Europarat wird im November mit einer Delegation nach Karkow reisen, um vor Ort die Fälle zu untersuchen. Das muss aufgeklärt werden. Die Frauen, die sich jetzt damit befassen, die Eltern, die sich damit befasst haben, die müssen geschützt werden. Die Ukraine muss Gesetze schaffen, damit es auch bekämpft werden kann und sich auch verantwortlich fühlen, dass es nicht mehr geschieht. Wir werden vom Europarat, ich werde von unserer Delegation ganz sicher nicht locker lassen. Anfang August 2004. Tatjana ist irgendwo in der Ukraine untergetaucht. Aus ihrem Versteck gelingt es ihr, dieses Video nach Deutschland bringen zu lassen. Ein Jahr ist es jetzt her, dass sie und die Familien nach den verschwundenen Babys von Karkow fahnden. Ein Jahr voller Hoffnungen, Enttäuschungen und voller Angst vor der Zukunft. Viele Fälle, in denen Menschen sich gegen die Verletzung ihrer Menschenrechte gewehrt haben, viele dieser Fälle endeten damit, dass diese Menschen entweder verrückt wurden oder von der Bildfläche verschwanden. Und was wurde aus den Familien? Svetlana und Alyosha suchen weiter nach ihrem Kind. Dimitri und seine Frau Jelena haben die Ukraine verlassen. Valentina und Viktor haben ein Ermittlungsverfahren gegen die betroffenen Ärzte erwirkt, um den Tod ihrer Tochter und ihres Enkels aufzuklären. Werden sie und Tatjana die Wahrheit erfahren? Wird es jemals eine Antwort auf die Frage geben, was geschah tatsächlich mit den verschwundenen Babys von Karkow? Immerhin, in der Ukraine wurde ein Gesetz geändert. Demnach sind Ärzte jetzt verpflichtet, den Eltern auf Verlangen, auch ein Tod des Neugeborenes zu zeigen. Der Delegationsbericht der Europäischen Kommission von 2007 aus Karkow allerdings, blieb bis heute ohne Folgen. Der Delegationsbericht der Europäischen Kommission von 2007 aus Karkow Anklage der Europäischen Kommission von 2007 aus Karkow Anklage der Europäischen Kommission von 2005 aus Karkow